Sollollo, heute spielen wir wieder Master Builders mit dem guten alten Flo. Ja da ist er. Computer. Sorry für den Computer. Du baust so einen Tisch mit Maus und Computer und alles oder? So einen richtigen Gaming Computer. Ey, mach's mit drei Bildschirmen. Okay, okay, let's go. Wir brauchen aber einen großen Dings. Actually, wir können auch einen Boden machen eigentlich oder? Nö, wir brauchen einen Tisch und dann einen Stuhl und dann so ein Gamer mit so einem Headset. Oh, das rät richtig gut. Oh mein Gott, aber wir sind ganz schlimm. Ja gut, sechs Minuten. Das passt schon, das passt schon. Ja, so groß musst du nicht sagen. So. Irgendwie so einen kleinen Tisch. Wie lange ist der? Ich mach den Dings, ich mach den Tisch, du machst den Stuhl, okay? So. Warte, ich dachte wir machen, warte mal. Aber irgendwie. Wir können auch so machen, dass irgendwie... Hey, was machst du? Was machst du? Der Tisch, oder? Nein, nein, nein. Das ist der Tisch bei mir. Du hörst das dann? Wir müssen das nicht... Ich kann auch was tun. Egal, egal. Mach auch irgendwas, mach auch irgendwas. So. Mach einen zweiten Tisch da. Okay. Warte, warte, warte. Ein zweiter Tisch, der so steht. Warte, wie lange ist der? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich fühl das bei Oster, oder? Ich glaub, das passt. Eins, zwei, drei. Oh, den warte, ich hab eine Idee. Oh, oh. So. Einfach bei den Ecken musst du nachher so Dings machen. Soche Slaps einfach auf die Ecken draufbeziehen. Ich brauch mal einen PC, warte. Okay, brauch mal einen PC. So einen richtigen Gaming PC mit Glas und alles? Ja, ja, ja. Alright. Ich brauch direkt Monitore oder Bildschirme. Alright, so. Ähm, warte, 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 warte. Oh, ich hab eine richtig gute Ideen. Aber wir müssen Kabel machen. Äh, Kabel irgendwie mit... Ich weiß nicht. Nein, nein, schau, schau, du musst so machen, du musst so machen. Ich brauch mal alte Monitore. Äh, wie schaut das aus? Äh, so. Oh, wir müssen es gut hinkriegen. Wir müssen es echt gut hinkriegen jetzt. So. Ich brauch noch einen anderen Kopf. Alright, ja. Genau, macht das irgendwie unten. So. Mach so einen kleinen, äh, Flachbild Dings, Monitor. Wohl, so. Könnten am Ende vielleicht auch im Monitor, also Minecraft Dings. Warte, 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 warte. Ich hab noch Dings. Oh, Leute, mit Redstone? Ja, also eine Steckdose. Ich mach Trapdoors. Was? Das sind ganz... Ne, das schaut kacke aus. Ich mach mal ganz normal. So, bam, bam, bam. Alright. Ey, wie macht man eine gute Steckdose? Eine Falltür, oder? Äh, ja, ich glaub schon, oder? Mit Leather machst du auch, oder? Redstone Fackel. Wie geht das? Ich kann die Falltür nicht, warte mal. Ich glaub, wir müssen eine Holzfalltür nehmen. Ja, nehmen wir eine Holzfalltür. Egal, das passt schon. Du musst mit Eisenblöcke oder so. Probier's mit Eisenblöcke. So. Äh. Okay, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Aber machst du einen Bildschirm? Ja, ja, ja. So, er braucht unten noch so einen Ständer. Wo steht? So. Ah, warte, wir müssen eine gute Steckdose machen. So, ich sehe Gaming. Warte mal. Ähm. Warte mal. Ich überlege, was, äh, was für eine Statur? So. Ich baue hier mal die Kabel hoch. Äh, vielleicht so irgendwie, warte mal. Mit Redstone, ich, ich, lass mit Redstone. Äh, warte, nenn das die Maus, das die Maus, das die Maus. Okay. Ich mach mal einen Monitor hinten auch. So. So. Oh, die Maus ist richtig gut. Nice, nice. Mach dir gar kein Sinn. Egal, mach auch irgendwas, mach auch irgendwas. Äh, so. Oh nein, der kann ich gute Mitte auf dem Bildschirm. Muss mit Buttons, mit Buttons. Nein, 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 du musst ein Dings machen, du musst eins größer bauen. Okay, okay, okay. Damit er eine Mitte hat, oder? Genau. Und dann ist das. Und dann ist das. Ich, 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 ich bei den Typen, der sitzt. Okay, okay, okay. Und du borst. Ja, ja. Ähm, der Tastatur? Wie macht man das? Äh, äh, mit Köpfen vielleicht? Wie macht man das mit Köpfen? Achso, ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Stell dir einfach mit Köpfen. Warte, warte, warte. Mach das so, mach das so. Äh. Oh, oh. Nein, wie macht man den Kopf? Äh, äh, Kopf. Ähm, Blöcke. Wo gibt's die grünen Blöcke? Wo gibt's die grünen? Oder warte, ich hab, ich hab eine bessere Idee. Reds und Dings nämlich. So, easy. So. Das ist gut. Warte, warte, warte. Müssen sie noch richtig eine Gaming-Satur machen. Ja, mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Mit allen möglichen Dings. Oh, oh. Ich glaub, das geht sich nicht mehr aus. So. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Oh nein, das schaut richtig komisch aus, warte. Warte, die Stairs, irgendwelche Stairs noch hier. Egal, mach, mach einfach schnell den Typen. Okay. So, hier mach ich noch die Lene oder so. Spielbild, warte. Was hat der an? Äh, keine Ahnung. Einfach kein, einfach kein Shirt an. Äh. Ja, mach einfach irgendwas. Äh, warte. Ja, das ist so wie Tobes. Tobes hat auch nicht ein Shirt an. So, ähm. Clay? Ne, wie heißt das? Concrete, glaub ich. Ne, Terracotta, genau. Der hat auch kein Shirt an. Schau, warte, warte. Nein, 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 nein. Warte, lass, lass, ich mach, ich mach, ich mach. Ich muss Headset baut. Baut du was anderes, warte. Okay. Baut du was anderes, warte. Warte. Warte, war das so? Ja, genau so, genau so, genau so. Genau so. Nein, 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 der muss ja Dings, der muss ja, der muss ja spielen grad. Achso. Warte. 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 Du musst es so machen, wenn dann. Warte, warte, warte. Warte. Schnell, der braucht ein Headset. Ähm. 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 So. Irgendwie. Er kann auch genau so, oder? Blue. Irgendwas blaues. Ähm. Blue. Concrete. Es geht nicht. Blue. Oh, oh. Da, Blue Concrete. Nein. Okay, wir müssen die, wir müssen die, wir müssen simpel Augen machen. Mach ganz schnell mit, mit ihr Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Nein, keine Knöpfe. Nein. Er spielt auch nix. Ja. Egal. Egal, egal. Das war schon. Ich find der Skyward. Ich find der Skyward. Laptop. Ja, es passt ja nicht eh, aber lol. Laptop. Ja, gut. Das ist kacke. Das ist 8 Minuten. Ja, das ist super kacke. Ähm. Was ist das? Was? Alter, was hat der mit dem Rücken gemacht? LOL. Das kriegt, das kriegt gut. Das kriegt gut. Hä, das ist dein Computer, Mensch. Oh, es kriegt okay, es kriegt okay. Es kriegt okay, es ist nicht ganz das Thema. Letzte TV, schaut da. Pff, das ist der. Es ist der. Oh, jetzt spartens. Wow. Moment, der kennt er aus. Wie sitzt der da? Oh, Leute, das ist direkt unseres. Oh, das Headshot schaut richtig geil aus. Jajajaja. Es gibt. Letzte TV. Achso, der ist von der. Einer hat episch gegeben. 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 Die Kabel sind nicht gut, ne. Es kriegt ein, oh, klar. Es kriegt ein Kacke, weil es das Thema irgendwie getroffen. Computer. ja grüne kabel als das weiß das ist pixel hat ja super kacke was ist das ich hab da wurde ein pc vor innen bauen so bernkarte der wollte das wie das logo gleich machen was ist das das team spielt paint paintball also alles so simpel für die zeit für sechs minuten was das okay es geht okay es geht okay darum bin ich selber steiner wie die bauten wie das youtube roblox dass das kriegt okay dass ich okay wenn das logo ein kacke ist reden ja ich glaube wir holen das 3d tasten der hat das windows look okay das ist okay ja oder tisch ist komisch kacke es geht okay ein computer ohne das soll gut ist kein hintergrund aber es ist es ist ja das ist nicht mal das ist einfach da es ist so 2077 ok wir haben vogel auch ein baum und so vogel drauf ja mit dem vogel nest und wo so kleine babys sind warte mal ich mach mal den boden ich mach mal ein baum oder mach du ein baum warte ich mach den baum wir brauchen so einen richtig großen warte du musst doch nach so tun mit dem du musst den richtig dick machen richtig dick bau du mal oben weiter ich bau unten mal alles easy peasy so so doch das passt schon irgendwie okay du musst den richtig dick machen richtig so drei mal drei drei mal drei ich glaube das passt dann haben wir wenigstens ein hohes dings so noch der seite ich mache ich meinen unten schon schöner müssen nur schauen dass der da schon so ein bisschen haut hat haut easy peasy das geht eigentlich ein paar blöcke sind schief dass ich kalt aus ich sehe dich gar nicht irgendwie ich mache das unten besser ausschaut ok ich bin auch mal oben in den last aber wir haben echt nicht so viel auswählen zurzeit warte war und ich fange ich das messern weil ich brauche nicht so einen zweiten ast daneben das ding so zum halt es ist richtig so wie aussieht dass es stabil ist warte 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 mach einfach den ast dicker ok ok was ist da ich immer weiß ich mach die baumkrone ok ok aber mach so einen richtigen dschungelbaum oder so und macht aus heu jetzt soll noch ein rundes nest ja 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 so hey all right ich weiß nicht wie groß ich sponso ich glaube ich war mir so er hat auch das passt schon hier es gibt mir wirklich holen eigentlich ich werde nie im leben den baum fertig schaffen glaube ich also gar nicht probier's ich spame einfach blöcke mach du das nest ok 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 und mach einfach so irgendwie wie kleine vögel schaubsen kopf gibt von von vögeln hat ihre fuchs 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 pinguin mit pinguin nehmen weil es kann der eule machen ja mach halt ich war noch einen großen vorgängern und ich war gerade so der ersten gibt aber ich mache so block mit schwarzem block mit zu sein mit so Dings auf der seite ich glaube das kommt besser wenn du einen kleinen head hast weil da ist mehr detail drin ja ja mit so einem kleinen mit so einem kleinen head nimm einfach so ein eil oder irgendwas ja so all right easy peasy doch das passt irgendwie ja es soll doch schon passen ach doch 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 noch machst du schilder dran ach so wie die vier jahre vögel ich helfe dir mal kurz bei der krone also ich hätte einfach so die köpfe im baut rein also richtig viele also das meinst du weil die baby sind ja so klein die haben keinen wirklichen körper ok 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 nein ok ich habe den kopfweh noch ja doch das war schon irgendwie ja die schauen eher aus wie so klein ok 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 warte 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 ok kannst du einen Baumkröte machen dann mache ich den vogel ok ähm so ich baue einfach irgendwie äh warte warte wir brauchen einen schnabel das heißt irgendwie terrakotte oder so nein nein ich weiß nicht genau wie ich das mache ich baue die baumkronen einfach fertig schnell ich bin gerade auf ich bin gerade auf ich bin gerade massiviert also eigentlich wie immer ja eigentlich wie immer der baumkronen ist fertig er ist wieder weg nice by the way kassenzettel sagt immer wenn er irgendwie weg geht das entscheidend ich weiß nicht warum ich glaube in seiner kinder dort wahrscheinlich wie viel kassenzettel gäste oder so ich weiß nicht ok das schaut jetzt zwar richtig komisch aus für den vogel aber es wird noch sinn machen einfach ähm spammen hier blöcke spammen so und dann ist offen warte 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 das mache ich so ups äh nicht der stern zwei minuten noch das können eigentlich noch gut werden wenn man unten dann ausbauen so wenn irgendwas im weg steht bau es einfach ab all right ah das wird schwer okay egal egal ich baue unten ich baue unten die wurzeln dabei ich mache so 3d flügel das schaut immer besser aus ja mach das all right irgendwie so paar wurzeln ich könnte es echt holen das ist so alles fertig kriegen ich glaube das könnte ich gar schon und so ein schwanz hat ein vogel normal auch oder ja so ein ganz gerne all right es ist eigentlich ein flügel okay die wurzeln sehen actually gut aus die haben keine hände keine hände so eine minute noch ich baue unten noch schnell irgendwie oh gott äh so äh ich baue noch irgendwie kleine sterne hier oh no ich habe irgendwas richtig komisch gemacht äh ok 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 es macht mir das denn ich hab's gesaved ich brauche mir kleine sterne hin nachher brauche ich noch schnell mit bohlenmehl da ist einer ok oh ganz schnell ich glaube schon gut aus ich mache schnell unten mit bohlenmehl ich mache noch so ein äh Partikel als ob der die gerade füttert bohlenmehl 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 oh oh ganz schnell ah ich glaube es geht ich habe unten noch ein bisschen verschönert oh ein Adler oh ein Adler macht man können aber ok ein Vogel man erzählt nicht ein Pinguin auch zu dem Vögel doch ich glaube der zählt zu Vögel oder ich glaube schon ein Pinguin ist offiziell glaube ich ein Vogel das ist ein Pikachu was ist das was kriegt du wohl Kaka aber so eine Ente ist ein Baby äh was ist das ok lol da hat keine Flügel das ist eine Ente äh Brony Jager Duck 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 oh lol was steht da oh no I fell out of the tree ok lol ok es geht ok oh der Vogel sieht schon geil aus mit dem Schnabel was Flappy Bird ne ist Flappy Bird lol Flappy Bird oh lol das geht nicht das geht nicht der ist halt kein aber wir haben viel mehr wir haben viel mehr das geht nicht ok wir haben halt komplett einen riesigen Baum ja 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 stimmt der hat nicht mal den Boden geändert ok not finished ähhhhhhhhhhhhhhh da schaut aus wie der Twitter Vogel ähhh lol der hat auch sowas in der AC4 Leute hat auch einen Papagei wir haben es halt viel größer und viel cooler Baut das geht ein was ist der Baut ok ja bei dem Sinne Vögel sieht komisch aus ja ich hab nicht mal dein Vogel gesehen ok lol 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 die Zunge lol ohaa der hat schon den Schnabel ein bisschen doppelt es geht es geht oh ich hab vergessen zu voten ähhh was ist das warum pupst der was ist das ich krieg super kacke ohaa fadding lol das ist unseres oh lol ich hab unten noch ein bisschen was gemacht lol wie cool das war wir haben es safe bornen ey da bringt denen was zu erdingsen das ist richtig cool das ist richtig was was ist jetzt vierter was aber immer richtig knapp richtig knapp das ist aber richtig bad das ist aber richtig bad ja das ist richtig bad das ist nur wegen der Restreferenz lasst ein Abo und Like da für mehr Master Bilder als mit den guten Namen Floor like und ja und ciao